Musik Mein Name ist Michael Neckert. Ich bin der Choreograf von Jackal and Hyde. Ich habe schon mehrere Sachen hier gemacht im Staatstheater, als ich hier angestellt war. Ich war hier festangestellt als Proben- und Trainingsleiter im Tanztheater und hatte nebenbei einige Sachen gemacht, auch schon mit Patrick zusammen, einige Musicals, hier und in Klagenfurt. Und ich habe auch ein Tanzstück hier gemacht und Schauspiel und so weiter. Schickle und Haid ist ja auch etwas, was sehr stark, also ein Thema oder eine Story, die sehr stark auch im Stummfilm verwendet wurde. Und da wurden ja unglaublich viele Filme gemacht. Also das heißt, es ist auch ein sehr filmisches, sehr, filmisch, sehr stark verarbeitet worden. Und da haben wir so ein bisschen angesetzt und das rausgenommen. Warum Tänzer mit dabei sind? Es ist einfach, weil es Musical ist. Ich freue mich auf die Premiere. See you later.